hallo und willkommen zu einer weiteren folge hausflipper ja ihr seht unser haus hat sich echt zum guten entwickelt muss ich schon sagen also wenn man mal vergleicht von vorn an nachher wir haben jetzt hier ein schönes bett ein nachtschränkchen auf dem tisch haben wir jetzt Drucker, Computer und so weiter die mit dem großen fernseher und ihr seht ich habe ordentlich viel Geld ja und ich wollte gerade noch ein bisschen was kaufen verdammt das soll noch nicht klar das soll noch ein bisschen was einrichten was haben wir denn noch Hotel also es gibt echt vieles hier Deckenventilatoren genau wollte ich mir einholen ja das ist doch mega hier noch ein paar mehr Poster wären gut so sieht das nicht schön aus hier okay haben wir noch irgendetwas ne ich will sich nochmal um andere Türen kümmern so eine hier genau ich finde irgendwie schöner kann man auch ein bisschen was unterscheiden so wenn ihr versteht was ich meine da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Belüftung die packen wir einfach hier hin die Wand finde ich noch ein bisschen leer oder ja okay also passt mal auf brauchen oh ne ein Regal ne ein Regal brauchen wir nicht können wir ihn auch nicht äh wie wärs denn mit hm wo sind denn hier bestimmt so kleine Regale ja ja doch was sieht auch schick aus so können wir jetzt noch ein paar Pflanzen kaufen und die da drauf stehen so nehmen wir noch sowas hier ey find ich doch mega geil oder wenn ihr mal bedenkt wie das vorher aussah Alter hui den Teppich verschiebe ich nochmal ne hier an dass wir hier noch ein kleines äh eine kleine Kommode hinstellen können genau hm ja nehm mir so eine halt mal ein bisschen verschieben noch so so sieht doch mega aus oder nicht ich hab gemerkt ich hab gar keine Küche ähm ja hm wie machen wir das denn also wir brauchen ja eigentlich ne Küche haben aber keinen Platz dafür hm ansonsten bestellt man sich einfach was ja hm hm genau das soll auch nur ein kleines YouTuber raus sein also keinen ne ok haben wir sonst noch irgendwas was hier zupasst ein Kamin wär halt schon schön ne wartet mal was ist wenn wir die verschieben kurz noch da kurz noch da und jetzt so ein Kamin hier achso man braucht erst einen anderen Kamin ja was ist denn das für eine Logik wo ist da die Logik egal oh es gibt richtig geile Fenster Problem ist dass wir kein Ding haben was nach draußen geht also wir haben keinen Balkon hm das ist ja eher das Problem hm hm kann auch ne Badewelle mit Dusche machen hm also es gibt hier echt viele Möglichkeiten wie ihr merkt ne Dekoration ja ne 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 vielleicht auch was zu trinken aber auch so ne Weinflasche ohje hm na komm lassen wir uns so ne Weinflasche holen yes so dann würde ich sagen unser kleines Häuschen ist fertig hmmm Sieht doch richtig schick aus hier. Ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, macht's gut und ciao, euer Weltgamer.